So, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part von Shovel Knight. Wir haben im letzten Part etwas vergessen. Und zwar in der Treasure Knight Stage. Ein Music Sheet, das werde ich jetzt noch holen. Und schneide euch dann den Ort rein, wo es das zu finden gibt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich, ciao! Hat das hier schon die Stelle? Okay, das war hier die Stelle. Also Leute, wenn ihr hier seid, müsst ihr die Angel auswählen. Und hier angeln. Äh, angeln. Und dann werdet ihr hier einen Music Sheet erhalten. Das habe ich beim letzten Mal sogar schon gesehen, dass man da angeln kann. War aber einfach zu faul. Ja, und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die Stage beendet habe, wieder auf der Overworld. Bis gleich! So Leute, hier sind wir wieder und haben das Music Sheet. Music Sheet, man sieht es im Inventar. Gut. Jetzt können wir uns selbst aussuchen, was wir als nächstes tun werden. Und ich würde sagen, wir gehen hier in diese Stage. Die habe ich bereits schon mal unter diesem Spielstand gespielt. Das war allerdings da, wo ich erst später festgestellt habe, dass ich gar nicht aufnehme. Egal, diese Stage funktioniert unter folgendem Prinzip. Also es ist eine Bonus-Stage. Jikes, spikes, if only I could face the way to safety, I could cross and get so much treasure! Okay. Man muss hier diese Fähigkeit einsetzen, um hier unbeschadet durchzukommen. Und es gibt hier viele Schätze zu finden. Und ja, darum geht es in dieser Stage. Schätze! Und das ist cool. Erstmal will ich den Slime hier hertriggern. Damit er mir keinen Schaden anrichtet. Okay, gut. Die eine hätte ich mir jetzt auch sparen können. Ja, und hier geht es darum, diese Fähigkeit hier gut zu nutzen. Ja. Es geht darum, sie gut zu nutzen. Aber ich kann die nicht gut nutzen. Ja. Also, es war jetzt echt gut, würde ich sagen. Ja. Und ich habe jetzt auch keinen Bock, mich mit dieser Scheiße abzugeben und die ganze Zeit zu sterben. Deswegen beeile ich mich jetzt einfach. Skill Mode in Jade. Setz doch ein! Holy fuck! Es hat gerade nicht geklappt. Ich schwöre euch. Ich habe mich schon wieder tot gesehen. Es war wieder so ein... Okay, gut. Wir machen das hier auf Nummer sicher. Gut, 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 gut. Äh... Hier habe ich Angst. Aber das ist doch kein Problem für mich. Okay. Goin' easy, goin' easy. Okay, okay. Oh fucking shit. What are you? Ich will es gar nicht herausfinden, was wir mit ihm machen. Okay. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ähm, der Tod war sowas von unnötig und ich schäme mich jetzt noch dafür. Aber okay. Forest of Facing clear. Man sieht's, wir können auch nicht mehr in diese Stage rein. Wenn man die einmal gemacht hat, dann war's das. Jetzt möchte ich noch kurz in Village etwas machen. Man sieht es nicht mehr. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w! Sie war serenading, adventures, blablabla, ist mir scheißegal, komm. Okay, gut. Ähm, dann werden wir uns noch einen weiteren Tropel-Kelch kaufen, denn beim Tropel-Kelch kann man doch etwas Schönes bekommen. Alles sehr Schönes. Boah! Yes! Yes! Wow, Explosionen! Okay, gut. Was haben wir denn auch? Und jetzt raus hier, wir haben hier nichts mehr zu tun. Yeah! Wir gehen jetzt zum Tropel-King und werden uns erstmal hier unsere Dings auffüllen lassen. Hi Lord, Tropel-King. Hi. Oh, I'm sorry. Hey, boy. Choose your Eiko wisely. Wir nehmen das hier. Das hier würde uns... Also das würde wie so ein Magnet wirken. Ah, wir sehen hier gerade, der Pixel-Flavor spielt Magicide. Richts in der Ecke. Der hat mir übrigens immer noch nicht mein Gamepad zurückgegeben. Eiko of Fortune. Eiko of Boldness. Und, äh, Renewal. Boldness haben wir schon. Das ist nett, aber... Würde ich mir jetzt nicht holen. Das wird uns wieder voll aufheilen und ist zur Sicherheit immer gut mitzunehmen. Subjects. A new Ejitate joins us. The Ceremony show commands. Was? Okay. Das habe ich mir noch nicht angeguckt, Leute. Okay. Okay. Behindert. Oh, Mann. Ah, okay. Kriege ich jetzt meinen Krug aufgefüllt oder nicht? Wie lange geht das jetzt noch? Hallo, der Part soll nicht acht Jahre lang werden. Ich war noch nicht mal an der Stage. Hahaha. Kann man hier sterben? Ich will es aber nicht testen. Ich meine, wie scheiße wäre das denn, hier zu sterben? Gut, dann werden wir uns jetzt hier in die bessere Stadt begeben. In den Arme Outpost. Wir haben ja schon letztes Mal mit dem gesprochen. Ich komme da am besten noch hin. Ich will jetzt erstmal das Musik-Cheat hier. Ach, verdammt, da kommt man so nicht dran. Ähm. This will do every iron oil. You need an armor upgraded. You need something forged. I'm your filler. Har har. Drop half as much gold when you fall in a battle. Sacrifice some protection for a higher magic limit. Harvest magic from defeat foes. Ich komme zu... Okay, wir können uns hier auf jeden Fall das ja berufstum kaufen. Okay. Interessant, was hast du hier? Das ist ein nice shovelblade, du hast, der Lad. Aber ich kann es nicht mehr verbessern. Ich kann es nicht mehr verbessern. Ablock its true abilities. Hold your attack to unleash a powerful charge slash. Oh. Okay, das hört sich sehr schön an. And dig up a whole pile in one mighty motion. And slash. To spark the ground when you're at full health. Kommen wir uns mal das hier. Und ja, wir werden uns natürlich im Laufe der Zeit noch mehr upgraden. Und jetzt mal jetzt... Oh, okay, wer will das? I hate the thing. Okay. Kein lustig ist mit all den Dorfbewohnern hier zu reden. Ah, very sweet. Oh, that king knight. Und Leute, entschuldige dich, ich bin erkältet. Es tut mir echt leid. Mr. Hatt. Ah, Hatt's my greatest passion. Nothing I enjoy more than a crisp snap of well-tailored bread. But I forgot my wallet. Oh, upstanding knight. You could part with a fortune, but... Yeah, okay. Well, thanks. I can't believe that worked. Hat sie mich gerade verarscht. Okay, egal, Leute. Diese tausend Leute, die finden wir doch irgendwo am Wegrand rumliegen. Aber only the best. And for my latest purchase, unfortunately, I'm only... Ja, 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 ich lass mich hier nochmal verarschen hier. Wollt ihr mich verarschen? Sucht euch das scheiß Geld selbst. Riskiert selbst euer Leben in irgendwelchen Stages voller kranker Menschen. Mann, okay. Wie komme ich da hin? Ah, man kann es auch in der Luft aufladen. Okay, gut zu wissen. Okay, Leute. Aber es wird jetzt Zeit für League Knight. Beim letzten Part habe ich Spectre Knight zu ihm gesagt, aber nee, nee, nee. Let's get shoveling. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne die Station nicht. Was ist das? Oh Gott, okay, gut. Okay, ich weiß jetzt, was es ist. Danke. Oh, verdammte Scheiße. Oh Gott, Leute. Ich sehe jetzt schon wieder... Okay, gut, die brechen instant ein. Ratten? Alter, die explodieren hier, oder was? Okay. Ja, echt... Alles voller Seuchen hier. Ach Gott, und wie ich mich schon wieder treffen lasse. Ich könnte schon wieder heulen hier. Ich könnte heulen, Mann! Okay. Ich bin sehr gespannt. Auf... Okay, gut. Ratten können springen. Gut. Da haben wir wieder was gelernt, Leute. Au, ich habe jetzt schon die Hälfte meiner Leben verloren hier. Das hätte jetzt sowas von nicht sein müssen. Und Leute, Mann, was ist das? Jetzt schon wieder von einer dumme Scheiße, Mann! Okay, ich konzentriere mich jetzt. Ich nehme jetzt hier das hier. Damit fühle ich mich am sichersten. So, wir rushen jetzt hier durch. Wir machen jetzt hier ein super Speedrun. Okay, okay. Alter, ich traurad mich über den Weg. Oh, Gott, dammit! Ich wollte gerade meine Invincibility-Fähigkeit einsetzen, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Also, als erstes will ich mein Geld wieder haben hier. Oh, nein! Ne. Jetzt bin ich daran gestorben, mein Geld wieder zu bekommen. Und es langt jetzt. Okay. Ich spüre jetzt, dass wir jetzt nicht mehr sterben werden. Oh, lädt mich doch am Arsch, Ratte, ey. Und ich dachte schon, diese Frösche wäre nervig. Natürlich, ich fall einfach auf den größten, billigsten Scheiß rein. Man hat zur Sicherheit... Nein! Hä? Bin ich dumm? Nein, Leute! Nein! Okay, Leute. Ich glaube, ich habe das... ...irgendwie gecuttet, weil das kann ich euch nicht antun. Also, Leute, jetzt ohne Scheiß, was war das denn jetzt für ein Mega-Fail? Das will ich euch jetzt nicht mehr antun. Oh, am Arsch! Schlepp mich doch, ey! Nehmen wir mal so Safety. Oh, Gott, dammit. Und ich dachte schon, ich verrecke schon wieder hier an dieser Stelle. Oh, Gott, nein! Ich fall auch immer wieder drauf rein, oder? Give me that shit. Okay, ich muss da jetzt angeln. Ich muss hier mein Leben mit der Angel riskieren. Ja, das ist echt krank. Das könnte ja nämlich ein Music-Sheet sein, Leute. Ist aber nicht. Ist nur Geld, okay. Aber okay, Geld begeht die Welt. Wissen wir ja alle. Ich hab's gewusst, du dummer Spaß. So, dann schnappen wir uns das hier. Okay, 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 okay. Ich wollte schon sagen, konnte kein Falsch mit mir. Gut. Okay, erster Checkpoint. Nach viel Not und Mühe erreicht. Okay. Oh, scheiße, Moment, ich hab's verkackt. Ich seh' doch da oben, das ist ein Geheimgang. Ich seh' das doch. I can't see that shit. Nein, oder? Leute. Ihr könnt mir das jetzt nicht erzählen. Okay, ich muss die Stage wahrscheinlich nochmal von vorne machen. Aber das ist okay für mich. Weil ich lass' ja hier sowieso nicht ganz so Scheiße mit mir machen. Aber wir sterben jetzt nicht mehr. Ich verspreche es. Okay, ich kann's nicht versprechen, aber ich hoffe es. Oh Gott, ich... Ich seh' hier schon wieder Schmerz und Leid. Sehr interessanten... Interessanten, ja. Sehr interessante... Plattformen hier. Oh Gott, ich hab' schon wieder gedacht, der Rückstoß würde mich jetzt schon wieder umbringen. Ja, geil, man kann die ganze Scheiße hier skippen. Leckt mich doch am Arsch. Okay. Okay, hier kann man nicht weiter. Dann werd' ich mir jetzt erstmal hier wieder die Schätze in der Lage reißen. Oder das Leben ist auch gut, ja. Äh, was bist du, Junge? Also, das brauch' ich jetzt gerade gar nicht irgendwie. Aber okay. Okay, haben wir. Dann geht's hier weiter. Hier nochmal das Money mitnehmen. Oh, nein. Also, aber diese Flickstage passt gerade wie ge... Was weiß ich't. Weil ich gerade tatsächlich erkältet bin. Diese Vögel erinnern mich so stärker an Super Mario Bros. 2. Nein, verdammt. Nicht echt jetzt. Komm her. Komm her. Du sollst herkommen, du Spast. Hallo. Okay, machen wir's so. Nein, das geht doch nicht. Komm her, bitte, bitte. Leute, nee. Ich will das Musik-Sheet. Arschloch, ey. Okay, Leute. Ich werde eh diese Station nochmal besuchen müssen. Also, okay. Ist schon okay. Ist schon in Ordnung für mich. Und... Der erinnert mich jetzt irgendwie an Mickys Wild Adventures. Oh. What the frickin' shit! Okay. Komm her. Ich stürze bitte. Danke. Danke. Habe ich doch nur gewusst. Kein Problem für mich, Leute. Kein Problem. Das ist auch einer dieser Typen, die halt nix gegen mich drauf haben. Okay, die machen das jetzt hier schon automatisch. Das heißt, es wird jetzt viel Timing dazukommen. Und ich glaube, ich bring mich um. Oh, das ist wieder eine Angelstelle. Die hätte ich fast übersehen dieses Mal. Okay. Give me that shit. Oh, Goddammit, Leute. Hm. Ich hasse ja sowas. Ich hasse sowas. Was? What the frickin'... Einen grüner. Es gibt noch grüne von diesen Spasten, ey. What the... Okay. 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 Leute, ich sehe hier meinen Tod. So, wir machen das jetzt auf Nummer super sicher. Oh, Goddammit. Komm nur her. Komm nur her. Komm nur her. Okay. Leute. Ich habe schon wieder den Impuls gestresst, gerade. Okay, 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 okay. I got this, I got this. Okay, okay. Wir sind jetzt ziemlich gut durchgekommen. Was bist du? Lass mich in Ruhe. Ich weiß nicht, wer du bist und was du von mir willst, aber bitte lass es. Gibt es hier wieder irgendeine Rätsel? Ja, ist ja easy, oder? Okay, wir haben anscheinend wieder Versuche gehabt, mich irgendwie umzubringen, äh, zu klonen. Und mich mit meinen Klon umzubringen. Nee! Nein, oder? Ich kann doch jetzt bestimmt... Oh! Nein. Nee, immer noch nicht. Schade. Oh, Gott, Leute, nein. Ich kann sowas schon wieder Aids bekommen, ey. Alter! Chillt mal euer Leben hier! Oh, Gott, Leute. Und hier ist schon wieder ein Angelspot. Ich bin mir jetzt schon bestimmt an zwei Noten-Sheets vorbeigegangen. Aber, mein Kind hier, das Mann, ey. Ähm, ist das schon der Boss-Checkpoint? Also, hier gibt's auf jeden Fall schon mal Fooly Fruit. Und ich bin dreimal an dieser Stage gestorben. Aus purer Dummheit. Oh, Gott. Ja. Oh. 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 Hickory! Hickory! The fruits of my research are no more tricky. Boom! Heh heh. Now let's have a lesson, shall we? I promise. Heh! I will be enlightening. Hickory! Oh, Gott, dammit. Oh, Junge! Lass die Scheiß, bitte. Okay, okay. Okay, okay, okay. Oh, Gott. Oh, Gott! Irgendwas ist das denn für ein kranker... Was ist das denn für ein kranker, drogenabhängiger Spacko? Was ist hier fricken los? Okay, ich hab ihn besiegt. Ich hab keinen Plan, was ich gemacht habe. Einfach die ganze Zeit mein Relikt gespammt und... Ihn mit Sprüngen angegriffen. Hat aber geklappt. Okay, war nicht wirklich ein schwerer Bus, also... Der ging ganz schön ab. Der hat irgendeine abgespackte Scheiße gemacht, aber ich hab's überlebt. Und die Stage ist wieder vorbei, Leute. Ja. Und das war jetzt ein langer Part, also... Bitte beschwert euch nicht. Auch sehr... Ich hab den extra herausgezögert durch die vielen Tode am Anfang, die einfach unnötig waren. Ne, ich bin jetzt viermal in diesem Part gestorben, ne? Viermal, ja. Ja, viermal. Ziemlich traurig. Ah, ich schäme mich jetzt schon. Wollen wir noch diesen... Spastner angreifen? Ich könnte den Deathcounter noch in die Höhe treiben. Also, ja! Wer bist du? Wieder ein Boss, ne? Hörg! Ich kann nicht believe das! Trouble, Fred? Have you lost your way? Of the best gear, the slickest armor, and the strongest rope! Er, pardon? Are you in need of help? Those stock-up, all of Negrada Clones have no idea that they're missing. Hey, you look like a knight. Shovel Knight at your service, but I'm not in league. So, I heard that if you beat a knight, you get to take the title, right? Please down to something, you'll regret. I don't want to regret a bass knight, like the sound of that. They'll have no choice but to accept me now. Come on, let's do this! Let's do this shit! Okay. Oh, bitte auf! Ich will nicht! Nee! Okay. What the frick is... Ich sterbe jedoch. Kannst du mal aufhören, mit so kacke Witterwolken anzugreifen, Junge? Das ist echt asozial. Oh Gott, nee. Oh shit! Nein! Ah! Nein, noch ein Treffer! Ich konnte kurz ein Bein! Das ist nicht wahr, Leute! Nein! Du dummer Arsch! Mann! Warum musste ich jetzt nochmal in diesem Part sterben? Es ist doch nicht die Wahrheit. Ich bin jetzt schon wieder fast tot, ne? Holy frickin' shit! Okay. Okay. Ich bin jetzt schon wieder angespannt. wie was weiß ich und da haben wir genug geld bekommen cool no way not even my best news could face you well ford if you can accept to feel like a true night you will always have your dignity no they'll never let me do the order never ever ever die junge was ist mit deinen augen los wird ich kann dir noch schlagen ok ok ciao leute so das war's mit dem part nächstes mal werden wir noch die bonustage machen und ich bin jetzt fertig bitte nerven also dann wir sehen uns beim nächsten mal kann gut sein dass ich jetzt diesen parten mehrere aufgekattet habe oder vielleicht auch nicht ich weiß noch nicht also dann